Man, ja, aber der ist auch schon scheiße alt. Der könnte auch eigentlich mal sich zurückziehen, weil er bringt auch nichts mehr. Scheiße, man ging den schon wieder verloren. Mhh. Fällt mir ja so gar nicht. Naja, egal. Hauptsache, ich krieg ein Titelmatch. Ah, da werd ich mir richtig Mühe geben. Damit ich mal einen Titel irgendwann hab. Die geilsten Matches waren immer noch Big Show gegen McKenny, wo der Ring einfach zusammenbricht. Warte, warte, lass mich überlegen. Ich glaub, dieses Match hab ich auch auf dir verdient. Wo die Ring-Ecken, ne, die Behen vorderen zusammengebrochen sind, ne. Wo dann auch alle umgekippt sind und alle brustlos waren. Ja, das waren alles.